Ja, hi Willkommen, mein Name ist DanigoLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge haben wir ein gewüste Quest erledigt und ja, ich würde sagen wir gehen jetzt mal weiter in der Story. Und zwar auf nach Fendel, wenn ich mich nicht irre. Fendel? Ja klar, Fendel. Und dafür mussten wir ein Schiff nehmen und das finden wir im Norden, wo wir jetzt weiter müssen, durch Strata. Aufmerksamkeit nach Fendel, wenn wir schon. Hallo sexy lady, rede ich um. Strata und Fendel streiten seit Ewigkeiten nicht vor, macht die Stellung in der Welt. Was wird Land? Wir sind die wahren Könige der Welt, ne? Los komm her, zack. Ein bisschen mit Tuber trainieren. Dann haben wir ja neu bekommen, im vorletzten Part oder so, aua. Äh, ja. Die Mäle schrecken die Mäle, die Mäle. Magier. Ja, ist gut. Äh, ja, ja, oh, wir brauchen unbedingt mehr SK. Ich rede so von ungefähr 20 oder so. Ready up. Ha. Ach, das war auch perfekt, Hubert. Jetzt machen wir da zum Mecca anhaben, ne? Ungefähr die zweiten oder dritten Kämpfe bis jetzt. Schutztruhe, komm her. Geil. 2080 galt. Ich weiß genau, was hier jetzt passiert. Nordjuli Börter. Hafen liegt von hier aus direkt im Norden. Okay. Bei der PS3, ne? Die ist so am Frecken gerade. So laut ist sie gerade. Warum? Eine Mondfußkette. Geil. Habe ich mal vorlesen, sollten wir da standen, ne? Egal. So. Werktempo plus 10%. Ist das nicht eigentlich schlecht? Ich meine wohl weniger. Nehme ich jetzt mal an. Hier, Entdeckung. Eine ausgetrocknete Quelle. Und das war jetzt, als das, was wir da abgeleckt haben. Kämpf gegen mich, Ruda. Und das war jetzt. nicht was jetzt mal passiert ist als zu gegen uns gekämpft hat 8000 nicht so viel glaube ich ich verarsche es ist ja voll brutal viel ab ich will mich nicht hier ab und so einzusetzen ja ich hasse diese kämpfe so viele dinge kann ich nicht auf einmal einsetzen aber verwirr mich nicht einsetzen sie gut aus jetzt bist du dran warum hat er seine mystik hat nicht eingesetzt ich habe die ganze Zeit L1 gemischt will sie mich verarschen ich hätte auch gewinnen müssen ich habe L1 gedrückt was soll hat denn so ich verlange eine revanche ich verstehe nicht ich habe doch L1 gedrückt ausgerechnet du redest hier von Ego da kann man ja ich kann das auch aber wie konnte ich mich nicht so treffen was soll denn eigentlich muss ich ja nur ausweichen und im richtigen moment an die greift werden also so nicht hey die wänder verbraucht auf ewig da gibt es doch nicht okay die sagen jetzt mal gleiche na warte hat lasse ich doch nicht auf mich sitzen doch wer so ging irgendwas anfällig nur ja ist gut ich ihn aber auch mit ein einzigen angriff zu stunnen kann ich nix auf meinen rechten Aua 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 ja okay äh mein Gott ich mein Aune Alpha braucht das ist ja nicht wahr Warum Aua wir haben wir voll hinterher rennen mein ich war ich doch was sagt denn gott ich mich nicht mit zeit den einzelnen wieso wirst du geheilt was soll denn ist der gleichen dinge sind es hier 11 modus das ist ja da gibt es doch nicht aber er war super weg geh weg nein ich will das nicht ja ich glaube aber da kann auch ein schluss beim umrundung wie den krieg noch in diesem part den will ich kaputt hauen und ich werde euch den schwierigkeitsgrad darunter stellen nein so sehe ich doch aus das gibt es doch einfach nicht er kann es mal aufhören die ganze zeit zu schießen wenn ich am angreifen bin schießt der hier ist aber ich habe angreifen bin oder versucht zu konten schießt er genial ist man kann diesen kampf auch eigentlich überspringen und so einen späteren zeitpunkt machen aber wichtig nicht so jetzt machst du das ja super aber ich habe bringt es nicht so war jetzt ganz vorsichtig also für zuvor nein nein ich krieg die krise ok diesmal bin ich ausging komm her nein 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 9 hp oh gott hilfe mein gott lasst mich doch gewinnen bruder erst vielleicht sollte ich auch lieber ab werden warum muss alles in meinem streit enden können wir uns nicht einfach lieben die andere brüder hat mich meine heilung getötet gibt es doch einfach nicht mein gott sehe ich doch nicht ein 6000 wird wohl zu schaffen sein gott das gibt es doch einfach nicht er macht mich jetzt immer noch fertig nein ich glaube ich spinne mein letztes traurig na warte komm her oder herz ernsthaft keine lust mehr ich hab doch was auf den richten warum hat der bis jetzt nie geklappt der angriff zwölf minuten jetzt und nur gegen den typen gekämpft maa oh strata so was your verdict did i pass your test it seems that way had you lost to me i would have ignored the president's orders and fled this desert for ever but alas and alack it seems we do have the power to save strata after all hubert i look we'll talk later let me get sharia to treat your wounds thank you is strata's survival truly the only reason you challenged asbel do you accuse me of plotting something else your actions may be harsh but from my perspective you wanted to give asbel an opportunity to defeat you i gather that you defeated him in combat previously perhaps you were concerned for your brother's pride i have no idea what you're talking about you strike me as a fascinating and unusual mann captain malik perhaps you and i will someday have time for a more leisurely discussion hubert sherry is on the way so huh what's going on captain wie die ist unterwegs wo soll sie denn sein so haben wir nicht ins titel oder irgendwie sowas bekommen danke schön ich bin jetzt schon wieder feige den schwächkeitsgrad hochstecken maa doppel extra für die schaden ja macht man das einfach ja du bist aber das bedeutet sehr viel mehr trainieren ohne monstern aber ich kriege kaputt hoffe ich wenn ich dann muss ich ein bisschen mehr trainieren wenn ich wahrscheinlich auch nach der aufnahme kommt ja irgendwie kein o gott wie viele leute sind ja genau die wieder selber ja so bietet man anderen ehrenrespekt erinnert dein aspekt keine ahnung da so kommen wir ja ich muss das meine stolz jetzt auch auf und sehen wir das gestellt ich muss meinen stolz aufrechterhalten indem ich euch einfach ein monster hier platt mache ja 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 das passt ja ja ich will mit dem der ja Ich verstehe jetzt nicht das Problem, auf das Hubert hinaus wollte, nur damit ihr es wisst. Da bin ich nicht der Einzige, oder? So, lass mal den Mixer aufladen. So, 40 Gummi, wieder neu kaufen. Ich weiß ja nicht, wo die alle hin verschwunden sind. Warte mal, dualisieren. Boah, ich glaube, wir haben nicht so viel, ne? Doch, hier. Komm schon, irgendwas... Einen Punkt brauche ich noch. Egal. Oh, Synthi... Synthetisiererin, was? Boah, da kann ich gar nicht aussprechen. Genau wie dieser Transzendale Ring aus Telfuxilia. Ich kann ja auch nicht aussprechen. Achso, Pascal. Äh... Synthetisiererin. Oh Gott. Egal. Passt schon alles. Warte mal. Passt schon alles. Hallöchen. Und... Hier ist nichts. So, da müssen wir mitfahren. Mit dem Schiff. Nur damit ihr es wisst. Uh. Weißweiden. Nach irgendwas... Weißlos. Über was diskutiert ihr hier? Ich habe versucht, ihnen zu erklären, wieso Zolluntersuchungen wichtig sind. Aber sie können nur meckern. Ich kann mit dieser Soldatin nicht arbeiten. Sie besteht darauf, dass alles aus dem Land untersucht wird. Gehen wir weiter. Hier ist nichts aus dem Land, außer... Naja, alle, außer Pascal irgendwie, ne? Weil... Keine Ahnung, wo die er kommt. Aber... Malek, Sharia... Hubert... Sophie... Okay, von der was man auch nicht woher kommt, aber... Irgendwie sind hier fast alle ausnahmend. Ich bin expecting you, Lieutenant Oswell. Bro, was? Das hat Daniel gemacht. Ding, 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 ding. Hm. Okay. 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 Bob geht der. Wir wollen auf Schiff. Okay. Na gut. Ich würde sagen, im nächsten Part. Oder? Ey, bohrende Blicke. Was? Warum so viele Blicke? Ja, ich habe es. Warum? Ist es wichtig? Nein, ich schreibe meine Inquiries für eine mehr opportune Zeit. Was? What is this mean? Okay, ich würde dann sagen, ob es es gibt? Nein. Dann. Boah, du siehst aus wie ein zukünftiger Anime-Hauptcharakter mit der Frisur. Hallöchen. Ich habe meinen Typen getroffen, der den Rockhack und erforscht hat. Good for you. Ja, würde ich mal sagen, weiß ich, wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir da noch ein paar Cutscenes und 20 Minuten reicht noch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Grace. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.